Hi Leute! Das erste Kochsvegan-Video kam vor ungefähr einem Jahr raus. Das waren damals die veganen Wartlinge. Wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr mal hier klicken. Und ich wollte das zum Anlass nehmen, ein neues interaktives Kochvideo zu machen. Zum Thema, wer hätte es gedacht, vegane Wartlinge. Dafür habe ich hier schon mal ein paar verschiedene Bohnen und Linsen vorbereitet. Und ja, ihr könnt auswählen, welches Rezept ihr sehen wollt. Ich habe hier grüne Mungenbohnen, dann die roten Linsen, die auch im Originalrezept verwendet wurden. Dann Kidneybohnen, die schwarzen Beluga-Linsen und Berglinsen. Ja, sucht euch was aus und ihr könnt natürlich immer wieder zurückkommen. Gar kein Problem und könnt euch die anderen ansehen. Das sind jetzt bloß 5 Sachen. Kann also nicht so schwierig sein, die Entscheidung, denke ich. Ja, so langsam könnt ihr euch entscheiden. Jetzt passiert hier auch nichts mehr. Ja. 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 Mhm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also ich mache Schluss. Ihr könnt ja noch eine Weile bleiben, wenn ihr mögt. Ich habe es versucht. Was soll's? Okay, wenn es euch Spaß macht, wartet noch ein bisschen. Tschüss.